Schau ihn dir an, Junge. Ja, das ist auch schon wieder so ein Spanier. Nein, falls er viel versucht, dir egal ist, kannst du dir nicht ausdrinken. Aber jetzt müssen wir den epischen Sieg holen, Junge. Als Ausgleich. Ich hoffe es, wir müssen ein bisschen einspielen. Ja, das sagen sie alle, Junge. Ich hab mich auch nicht eingespielt, Junge, und in der ersten Runde einfach 7 Kills gehabt. Ja, das war ein Botlobby. Was laberst du, Junge, mit Botlobby, Digga? Er macht einfach nur Auge, Junge. Sag ich dir so, wie es ist. Warte, wohin? Wir springen. Warte, wo habe ich Season Pass auf die Lige, Junge? Wir springen hier auf der Insel runter. Yalla. Wie lange springe ich bis 0? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, keine Ahnung. 10, 11 Uhr, irgendwie sowas. Wenn's gut läuft. Ja, Junge, ich muss heute auch früher pennen gehen, Junge. Ich hab heute so schnell schlafrecken muss, Junge. Dann bin ich gleich nach Schule. Ich hab den aus verlassen. Nach dem Tag gleich Zahnarzt. Junge, der mit 10 Spritzen, meine Fresse. Je Junge, ich kann es nicht glauben, Junge. Wie? Die Letzene musst du dir ja machen, Junge. 5 oder was? Ja, nein, Junge. Der, Junge, der war, keine Ahnung, der war im Arsch. Weil die anderen davor, die es nicht so gut gemacht haben. Ja. Und die müssen wir verbessern. Eine Raketenabschlussrampe kommt selten alle. Und zu der Rampe gehört eine noch... Wer kennst du dich? Die ist so eine schwarze Frau, Junge. Und die wirst du mir beschaffen. Meinst du als Zahnarzt oder als Zahnarzt? Das kennst du mich? Zahnarzt. Ja, ja, ja. Hä? Ja, ja. Aber keine Beleidigung sagen im Stream, Junge. Ansonsten werden wir... Oh, ich habe selber Spaß hier mitzuholen. Ja. Hä? Äh. Ja, Junge, ich weiß. Die, Junge, ich hab gedacht, die hätten die schon längst gefreut, Junge. Echt? Wieso? Ja, weil, weil die war ja eigentlich mein Mainzahnarzt, Junge. Aber dann haben die... Die ist ja jetzt irgendwie durchgewechselt, Junge. Jetzt habe ich irgendwie so... So eine alte Junge. Ja, ich hab die... Ich hab die rausgeschmissen. Und das ist die... Die... Die hat auch gerade oder nicht? Hä? Nein, ich hatte die... Ich hatte die auch, aber die... Seitdem ist die Männer, ich hab irgendwie so eine andere. So. Ja, meine ich ja, Junge. Ja, ich war da auch, Junge. Äh. Weil... Verhaltigungen im Stream sind schon erlaubt, aber ich mein halt nicht, dass er jetzt hier irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie die... Die N-Bombe oder so droppt, weißt du? Das... Das würde ich damals schon umzuschrauben. Hallo. Ja, Junge, ich darf... Nein, darfst du nicht, Junge. Erklär dir das erst mal. Du bist schwarz, Junge. Ich darf das, Junge. Du bist schwarz, Junge. Was laberst du? Doch, Junge. Schau mich den doch mal an, Junge. Komm her. Du bist ein Fischkopf, Junge. Junge, mein Cousin ist im Hinter... Na, Junge, der... Junge... Diese eine, diese schwarze Junge, der... Gefühlt mein... Der hat alles falsch gemacht. Der hat einfach den... Der hat mir vorne zwei gegeben und hinten zwei. Hm, moin, Digga. Junge... Da steht so 14 Uhr, soll ich da sein, Junge? Ich hatte das Gefühl... Mal war ich da, 14... 14 Uhr fünf. Okay. Ich muss leider 25 Minuten warten, Junge. Ja, moin, Digga. Ich fülle mich gleich noch ein Dürrnach, Junge. Oh, Junge, ich bin vom Blitz getroffen, Junge. Einfach zehn Schaden bekommen. Ja. Wo brauchst du was? Ja, ne, 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 ne. Warte, komm mal her. Ah, die Kugel ist uns. Ja, genau. Was? Das wusste ich nicht, Junge. Ja, die Kugel ist uns nicht laut, Digga. Junge... Junge, diese Blitze, Junge. Mein Account wurde... Wurde einfach gebannt in GTA, Junge. Äh... Hä? Man muss für, äh... 30er... Nein, nein. Weil... Weil irgend so ein Random... Mir... Mir einfach Geld gegeben hat, Junge. Und dann haben die einfach meinen Account gebannt für 30 Tage, Junge. Die haben... Die haben... Die haben... Die haben Auge gelegt. Ja, die haben einfach Auge gemacht. Auf Ehrenlos. Äh... Fahr mal Metzer. Was ist das? Kannst du das mitnehmen? Würde ich dir gerne machen, weißt du, aber... Wir schlagen überall Blitze ein und irgendwo hier vor uns ist auch das Kopfgeld, Junge. Also musst du aufpassen. Warte, warte, oder kannst du es hier mitnehmen, komm mal her. Wo bist du, wo bist du? Wie siehst du das? Äh... Wo bist du? Ich hab... Ich hab gesehen, du hast es hier. Du hast diese Teile hier. Die Teile, Junge? Ja, ich hab vier Stück, Junge. Ich bin so voll. Dann nimm die mit. Also die... Bist voll. Ich glaub schon hab ich die, oder? Ah, ne, 6. 6 hab ich jetzt. Bude. So. Jungen, sie scheiß Blitze, Junge. Achso, wir sind in der Zone, wo Blitze schlagen, oder? Ja. Äh... Ich weiß nicht. Er hat gesagt, das ist immer random. Wann war er heute? Äh, heute war so... Äh... Warte, wann... Ich hab ihn so um vier zu geschaut, glaub ich. Oder, äh... Vier, mies. Oh, schüsse, schüsse, schüsse auf mich. Vier, vier bis... Boah, jungen, Gamesons war mir so leise. Zwei Stunden nachher hat er gespielt, aber ich war auch nicht ganz dabei. Fuck, Junge, wer schießt mich, jungen, Gamesons war mir leise. Da hinten ausm Busch raus, oder nicht? Oh, ja, ich bin tot, Junge. Okay, Junge. Also mich so und ich mach dich schon mal Gamesons, oder? Na ja, ich so dich, so dich. Dann soll du, ja. Das heißt, äh, Gamesons ist es, oder? So. So. So machen wir das, oder? Komm ran, Junge. Ja, ist nochmal, äh, Musik, äh, Sound-Effekte, ne? Ja. Ach, Digga, ich hasse Leute, die bauen in diesem Spiel, DG. Einfach nur, weil ich nicht bauen kann. Einfach, weil ich zu inkompetent bin fürs Bauen. Okay, komm schon. Boah, was hat das für einen Shot, DG, heilige Scheiße. Bist du tot? Doch nicht. Also erwarte hier keine Pro-Plays von mir. Könnte ich bauen, sehe das auf jeden Fall viel, viel besser aus. Sound-Effekte, ne? Ich hab Sound-Effekte auf 100 gestellt. Ich muss halt den ganzen Sound-Effekte auf jeden Fall ziehen. Ich hab 10, du Idiot. 10, nein, 10! 4, ja, tot. Scheiße. Egal, ne, meine Sachen, ich hab den hier und so alles. Ja, ja. Ist der hier noch da, Junge, oder ist er weitergezogen? Ich glaub, der ist weitergezogen. Ja doch, er ist weitergezogen. Ey, kannst mich gleich hier hoch holen. Wird gut werden. Ja, 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 ja. Digga, ich nehm den Tank hier mit. Egal, jetzt hast du wenigstens mal Metz, Junge. Da ist immer noch Scheiß drin, Digga. Ey, was machst du denn? Ey, da ist doch ein Van, du Idiot. Siehst du hier ein Van, Junge, hier ist alles nieder, Digga. Internet, du Idiot. Scheiß drauf, Junge. Braucht keinen Van. Egal, wenigstens mal am Metz. Fahr mal... Fahr mal ein Metz ab. Ey, ist jetzt halt gestorben, Junge. Mann, das ist drin aus, glaub ich. Ich dachte schon. Boah, ich hab so Bock auf Käse, Spitzle, Junge. Ess halt, Junge. Ui. Fahrt aus dem Feld. Mach halt selber, Digga. Hä? Ich hab diese Scheiß aus Lidle, Junge. Musst die Mikrowelle und dann dieses Ding. Weiß? Ist ja noch einfacher, Junge. Schmeiß einfach in die Mikrowelle rein, Junge. Ich hab da gesagt, Junge. Wir müssen das Spiel essen. Ach, Digga. Ich dachte gerade, das ist noch online. Da ist noch online. Wo ist das? Es ist der... Es ist der... Es ist der von vorhin, Junge. Hieh dich hoch, hieh dich hoch, hieh dich hoch. Hieh dich hoch, hieh dich hoch. Wusste ich nicht. Was, ich hatte nur einen Schuss, Digga. Hieh dich hoch, Junge. Für Fortnite, Digga. Warte, warte, warte. Hieh dich mal weiter hoch, hieh dich weiter hoch. Das läuft. Och, Junge. Einfach einen Herzinfarkt bekommen, Digga. Es war auch nicht der eine Typ, gegen den ich vorhin gebattelt hab. Er hatte nicht... Ansatzweise den Skill. Und er hatte keine Mads, genau. Links, 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 unten, links. Warte, ich hol dich jetzt hoch, Digga. Ich glaub, die anderen hören das nicht. Du hast auf jeden Fall eine Minute Zeit, um in die nächste Zone zu kommen. Gib mal Ding, Schüsse und so. Ja, ja, ja. Aber die Melskasse behalten, lass es mal wenigstens einmal mit. Ja, ja. Ich will ein paar Schildtränke noch geben. Boah, Digga. Ja, ich kann fliegen, Jul. Natürlich. Das haben die überarbeitet da. Ansonsten campen die einfach an dem Wagen und knallen dich dann ab. Ich glaub, die werden das von diesen Eins schon ein bisschen überdacht. Warte mal, hier. Es gibt immer ein paar Bullets, Junge. Ich würde sagen, okay, die Zone ist sehr, sehr weit weg. Wir sollten jetzt laufen. Lauf, lauf. Ja, ja. Auf jeden Fall aufpassen. Wir brauchen noch zwei Knarren, Junge. Ich fahr mal schneller. Weitereller. Okay, dann ist es neuer Sturm. Halt, komm hier. Oh, Gegner. Hinter mir. Ja, ich seh keinen, Junge. Wo? Da, egal. Was geht, 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 was weiter, 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 so. Steck ein, steck ein. Ja, da fahr, 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 fahr. Ah, da hinten, er kommt aus dem Busch raus, Junge. Oha. Oha, Junge. Oha, Digga. Ja, danke. Danke. Jo, er hat einfach Auto eben. Wo ist du? Hey, lass ihn mal ficken, Junge. Jo, er hat dich was getötet, Junge. Oh, er hat einfach Auto eben seinen Vater. Ja, ich werde aber jetzt sterben in der Zone, Junge. Ja, geh, 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 geh. Was weiterlaufen? Ich kann nicht. Ich fick den jetzt, Alter. Du bist abgefuckt. Du bist aber gut in Formelheit, Feldtuchbar, oder geht's einigermaßen? Ich muss... Ah, hier ist ein Lagerfeuer, Junge. Was? Bringt es mir etwas? Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Pass auf. Oh, Laser, 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 Laser. Die linke Seite, er läuft weiter. Es ist der eine Keck, Bruder von vorn. Töt ihn. Töt ihn wohl. Er ist links weitergelaufen, Junge. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, er ist in der Hütte. Er ist vor mir, er ist vor mir, er ist vor mir. Ich habe ihn, ich habe ihn genockt. Warte, warte, lass deine Messe da. Wo ist denn dein Messe? Warte, Laser, lass mich aufsandeln. Oh, 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 ich habe keine Messe, ich habe keine Messe, ich habe keine Messe. Jawoll. Heide, jeder. Ja, ich muss doch jetzt los, Junge. Ab 15. Komm her, komm her, komm her, 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 her. Dafür ist es jetzt zu spät, glaube ich, Junge. Ah, das schädigt ja nochmal rum. Ungefähr wie... Jetzt machen wir lieber alles klar. Oh, Junge. Nein, Junge, es ist... Es ist einfach wegen diesem einen Punkt gewesen, Digga. Wie das heißt. Auf einem krassen Niveau. Mit den Editing-Sachen und Bauen. Okay, okay. Alles klar, alles klar. Sehr schön. Ehre nach. Nimm Spray mit, Junge. Ich glaube, wir werden jetzt aber in der Zone sterben, Junge. Komm mit, Junge. So, Feile. Ich habe das Spray. Ich habe noch ein Headkid und so, alles. Kannst du auch einen? Ja, ja, halt. Oh, Dankeschön. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Wie schaffst du noch irgendwie... Äh, Zone. Ein bisschen check alles da. Wir können dir. Feld zufa. Einen schönen Abend noch. Okay, Junge. Schauen wir mal. Da habe ich jetzt auch noch und rutsch in die Zone rein. Wie kann man rutschen, wie kann man rutschen? Einfach laufen und den rechten Stick reindrücken, Junge. Wusstest du das nicht, oder was? Nö, los. Fuck, komm. 14, komm. Heide. Acht, sechs. Fakt, zwei Sekunden, geht die Zone weiter, heide. Schau hoch, Junge. Schau hoch, Junge. Na, Junge. Noch 16 Sekunden. Hä? Bei mir ist jetzt 14 Sekunden. Ah, ja. Sonst ist noch ein Medi-Pack, Junge. Fuck, ich habe abgebrochen, ich gehe jetzt lauf jetzt. Oh, hast du abgebrochen, Junge. Tino, bist du dann die noch da? Fällst du auch, Digga? Waite, sechs, fünf, vier, drei, weiter, schnell, die, 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 die. er benutzt seine mädchen und die haste ich habe ja richtig gegeben ja von insgesamt oder jetzt ja so rechte bei mir aus ich habe 400 abgefahren das habe ich noch schnell für mich hier ab hinten recht ist auf jeden fall wogegen du bist du hast du alles kann ich die munition also ich kann die mp und mp habe ich 390 jungen aufsak falsch schon 50er fleisch schon Komm mal her Junge, geh ins Zelt rein, hier Junge, geh einfach rein, drück Vieregg Junge, Ich kann nicht rein, ich drück Vieregg, bei mir geht, du musst Dreieck drücken Digga, bei mir steht nichts mit Dreieck, du dober Job, Okay, warte mal hier, hier nimm mir jetzt, ich seh nichts unsichtbar, ach du, du kannst es nicht mitnehmen oder, was willst du mir geben, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, Gegner, na ich hab gedacht, markier, 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 du sollst dich im Z ausrunden, irgendwo hier unten rechts, Boah, ich hab' hier so'n Saftflieger, Ey, ich hab', ey, wo ist meine Pump? Digga, ich brauch' ne neue Pump Da, da ist eine Ding drin, blaue drin, ne, blau, blau, blau pump, und da ist auch so'n Saft, Digga, Wenn wir? Ey, ich hasse diese Waffe Digga, die, die, die ist mit diesem großen Fernrohr Ja, ich find die, die ist geil Hast du jetzt auch, oder hast du eine andere? Ich hab' die Ranger, ich hab' die normale AR Welche Farbe? Lila Ich muss meine Spruchfinde nachladen, okay, Junge, Top 2 Da hinten, da hinten im Haus, da hinten laufen die Hast du Sniper? Drei Hits gegeben, Junge Ist ja gar nix, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Hinten Er hat sich grad' eingebaut Boah, Digga, der Scharfschütze, ne, der hat fast meine Mutters Ehre in den, Digga Ich kann mit der Waffe nicht umgehen, mies Ich hab' ihn gedowned Oh, Shark, push, 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 push drauf Geh drauf Boah, Diggi Ne, ich bin fast tot, Digga Schieß drauf, push drauf Warte, warte, ich muss mich heilen, Junge, ich hab' einen HP, Digga Er holt wahrscheinlich sein, sein, äh, Mate jetzt hoch, Junge Töt ihn, Digga, töt ihn Auf Ehre, Dom Ja, Junge Der Easy Upload, Digga, der Easy Upload Das Traurige ist, das war mein erster Kill Nicht jetzt? Dein ...